Willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Wir sind abermals in einer der Standby-Phasen, wo wir immer wieder diverse Vertrauens-Episoden machen können. Deswegen schauen wir direkt in unsere Hirn-Nachrichten. Und es geht los mit der Gruppenbesprechung. Ich weiß, was diese Köpfe waren. Niemand spricht darüber, woher die Lieferungen ursprünglich kamen, aber ich denke, wir liegen richtig. Diese Gehirn stammen von Klonen, stimmt's? Ja, all diese Köpfe stammen zweifellos von geklonten Design-Kindern. Du hast recht, Hooker zu besitzen, die Technologie Design-Kindern als Massenware zu produzieren. Sie werden erschaffen, um Aufträge zu erfüllen und wenn sie scheitern, sterben sie. Diese Köpfe könnten von denen stammen, die beseitigt wurden, nachdem sie gescheitert waren. Das stimmt. Das klärt aber immer noch nicht die Menge an Köpfen. Wie dem auch sei, es bleibt die Tatsache, dass sie sie für die Transaktion in Masse produziert haben. Wir haben zwar die Wahrheit herausgefunden, aber irgendwas stört mich noch daran. So, Gemma möchte reden. Ich möchte mich dafür entschuldigen, was noch nicht passiert ist. Kann man uns treffen und persönlich darüber reden? Ich warte ins Heirann. Oh, machen wir mal ein, ey. Gut, ich gehe jetzt nach Sairann. Gemma. Ich bin sorry, dass ich dir über das beschäftigen kann, Kasane. Es ist okay. Ich wollte auch mit dir sprechen, um mich zu entschuldigen. Warum? Ich bin derjenige, der sagen soll, sorry. Du hast keine Grund, um mich zu entschuldigen. Ich habe nur alle meine Gefühle auf dich, ohne eine Begründung für dich. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich nicht komplett verstehe, wie du fühlst. Aber, nachdem ich alles, was ich gerade erlebt habe, ich denke, ich kann es ein bisschen vorstellen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu entschuldigen. 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 Es ist ein bisschen zu entschuldigen. Es war nicht so. Es ist ein bisschen zu entschuldigen. Es hilft, es hilft, es zu entschuldigen. Es ist perfekt für self-reflexion. Du denkst so? Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen zu entschuldigen. Ich dachte, was du gesagt hast, während ich kookte. In welchen Teil? Ich glaube, ich sagte viel, die letzte Mal wir gesprochen haben. Wie ich wollte und sterben und sterben. Und wie das war selbst. Es hat mich wirklich schwer gemacht. Ich denke, wie viel Naomi in ihrer eigenen Körper leben möchte. Und wie viel alle meine Freunde, die in der Kriege sterben wollen. Es macht mich herausfinden, dasselbe ich das Leben habe, dasselbe ihre Erinnerung nicht zu entschuldigen. Einige mir denkt, dass du es ein bisschen zu ernst hast. Aber ich bin glücklich, dass ich mit dir getrennt habe. Ich könnte zu ernst sein. Aber ich planze, dasselbe ich den resten meiner Leben zu sein. Wie? Das erste Mal ist, dasselbe ich gesund mit Naomi's Recipes zu essen. Ich möchte auch wieder-evaluieren, wie ich meine Wochenende spenden. Vielleicht finden ein neues Hobby, besides cooking. Das ist eine gute Idee. Ja. Und ich bin sicher, dass dein cooking wird besser mit der Prachtest. Ich denke, ich werde es weitergehen. Ich denke, ich werde es weitergehen. Würdest du noch mehr zu essen? Natürlich. Danke. Ich habe noch Probleme, was gut oder schlecht ist, denn ich habe noch nie zufrieden, wie mein cooking war vorher. Du siehst, wie du es genießen möchtest. Ich bin. Aber es stresst mich aus, während ich es mache. Aber vielleicht, dass ich diesen Teil auch genießen. Es gibt halt mehr als nur Arbeit. Was ich mich allerdings frage, ist so. Können die Leute auch zu einfach so nach Cybern? Ich meine, ne? Es ist ja Krieg und es sind ja auch teilweise schon gesuchte Kriegstreiber, in Anfangszeichen. Dadurch, dass sie halt mit Juicy zusammenarbeiten, mit Juicy Splatoon. Ich dachte halt immer so, ne? Ja, das Musubi ist halt so, schon fast ein neutraler Ort. Ne? Kann man auch mal als Feind irgendwie dahin kommen. Ne? Aber jetzt hier direkt in die Hauptstadt des Feindes. Okay. Ich möchte reden, das Nachgespräch. Früher dachte ich, ich brauche kein Hobby. Aber nachdem ich es mit kochen und noch ein paar anderen Dingen versucht habe, ist mir klar geworden, dass es nötig ist. Ein Hobby ist nicht etwas, das dich jemand erledigen lässt, wie eine Aufgabe. Ich glaube, stattdessen ist es etwas, was du von dir aus tust, um besser zu werden. Wirklich? Das klingt ernster, als ich dachte. Ernst? Ich wollte dir eigentlich erzählen, dass es Spaß macht. Naja, das finde ich jedenfalls. Du solltest etwas finden, was dir Spaß macht. Okay. Zogumi. Ich möchte mit dir über etwas reden, Kasane. Aber allein. Also komm ins Musubi, wenn du Lust hast. Aber auch nur dann. Oh. Ist okay. Du brauchst nicht dauernd so reserviert zu sein, denn wenn es dich entspannt, so zu reden, dann zwing dich nicht, dich zu ändern. Ich gehe jetzt los, warte dort auf mich. Sorry to keep you waiting. You said you wanted to talk to me about something? Oh, Kasane. Oh. What is it? N-Nothing. But you just look like you noticed something. Did you see something with your clairvoyance? Well, I won't pry if it's uncomfortable for you to share. Um. Yes? Your left knee. My left knee? You may not have noticed, but there's a bruise. You might have hit it during a fight. Oh. Now that you mention it, I did hit it in my last fight. I think you should get that treated. The bone isn't hurt, but it might leave a mark. Good idea. I'll get it looked at when I get back to the hideout. I'm surprised you noticed. I had a feeling you were subconsciously favoring your left leg when you were walking over here. I was worried, so I couldn't help but use my power. I'm sorry. I'm really sorry. Why are you apologizing? I should be thanking you for telling me about my injury. Because I violated your privacy by looking under your clothes. It's not good to use my power without permission like that. I see. That's why you felt uncomfortable telling me. I suppose that would be the general consensus. Some things are off limits. I'm not a child anymore, but I'm still doing the same stuff as back then. Did something happen when you were younger? Yes. I didn't realize back then that what I can see isn't something I necessarily should see. When I told people what I saw, they would get uncomfortable and sometimes get scared of me. I finally realized that I shouldn't be doing things like that. That looking underneath someone's clothes or inside their home was bad. Is it really so bad? What? I mean, nobody wants to have their secrets revealed. You wouldn't like that, would you? To be honest, that wouldn't really bother me. Really? Yeah. I don't have any secrets. People can look all they want. And are you saying you can see inside people's bodies too? Yes. It can be a little revolting if you're not used to it. Then not only can you see injuries, you can detect internal diseases early as well. That means your power can save lives. It's fascinating. There really aren't many that can do that. I think it's a wonderful power. You're the first person other than Kagura to say that. That's surprising. I thought the OSF would evaluate your effectiveness quite highly. They tell me it's effective in battle, but my power hasn't often been noted for its everyday uses. I've been mindful in trying to avoid seeing things, or not talk about it if I do see something. It's a strange feeling being told I can look. It does take a weight off my shoulders, though. Well, that's good. Yes. Thanks, Kasane. Thank you for finding my injury. By the way, didn't you have something you wanted to discuss? Oh, we can talk about that some other time. Really? I still have time now. It's okay, really. I'll talk to you about it the next time I see you. Sure. See you then. She seems to have a lot on her mind. I can't help but be a little concerned. Next time I see her, I need to make sure we talk. What? 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 Was? Es bringt nur einfach die besten Ergebnisse, wenn man so wenig wie möglich ausweicht. Und deswegen stehe ich immer in Grützen und sonst irgendwie mitten in den Gegnern, ja. Beste Ergebnisse ist einfach immer draufhauen. Und du, Tsukumi, du bleibst auf Abstand zu den Gegnern, aber aufpassen musst du trotzdem. Du weißt nie, was für ein Angriff bei nächstes kommt, also sei vorsichtig. Wahrscheinlich ist es gefährlich, wenn mir die Munition ausgeht. Danke, ich versuche aufzupassen und immer nachzuladen. Okay. Gut. So, Kagero. Du sitzt hier gerade so. Glaubst du wirklich, dass die Führungsriege von Sairan zuhören wird? Nö. Hey, Kasane. Bist du jetzt frei? Ich glaube so. Was ist es diese Zeit? Du erinnerst meine Präumente von vorher, oder? A fun and exciting date with your one and only Daddy Kagero. You're not my father, and I'm not interested in a date. What? You told me the last one was super boring. You shattered my fragile heart into itty-bitty pieces. You're still bothered by that? Fine. I'll say it was fun. No, no. That's not what I mean. I want to make up for it. Besides, you know how I hid my past? I wanted to apologize for that. So, this is like a second chance coupled with an apology. The apology is fine, but I don't know why it has to be with a date. It's like my dream, I guess? Just say yes. Please, let me show you a good time you won't forget. So, how was it? The dining experience at Baki's Cafe is supposed to be very popular with high school girls. I think Naomi and Yui-To would have enjoyed it more, but it was fun. No complaints here. Next up is dessert. I'll get you anything you want. Cake? Parfait, maybe? I'm fine with just tea. I figured you'd say that. Already got a cup. Wait, when did you... Oh, you used your invisibility power. That's an interesting use for it. You can't just reveal my secret like that. Even if you know how it's done, it's more fun when you pretend you don't. Like this. I grew this flower from a seed. The flower symbolizes hidden kindness. A perfect match for you. So, what do you think so far? Well, you seem to be following the standard dating norms I read in magazines, but they all have a nice kaguro twist. However, something's bothering me. You've gone through a lot of effort just to make up for lying. You're either really perceptive or overly distrusting. But yeah, I guess it's time I tell you. The truth is, I tried to assassinate you back in the day, so that's kind of included in this apology. Assassinate? Hmm. From the looks of it, you haven't realized it at all. I guess that means I still got it. Fortunately, I didn't have to go through with it, but I was waiting for the right opportunity. Like trying to be alone with you. As the one you were targeting, I believe I have a right to know why. It was to stop Togetsu's plan. Their plan hinged on your power, so I thought that killing you might be the best option left for me. Of course, now that you've decided not to support them, I've got no reason to hurt you. You can trust me on that. Well, I don't doubt that, but I'm still not satisfied. What, really? I guess this wouldn't be enough to make up for trying to kill you. I could do something even... It's not that. It's just... killing someone. Is it that easy for you to do? I don't understand how you could make that decision so easily. Even if it is to achieve your goal. There's no way I could do that. I see what you're saying. That makes sense. I mean, it's not like I don't value life or anything like that. But yeah, if I seem cynical about it, it's probably because I don't feel like I'm very... alive, I guess you could say. I'm like a ghost from the past, existing in a time when his family and everyone he knew is long gone. Your family. You mentioned you left them on the moon. Yeah, I had a wife and daughter. My daughter was simply the cutest. You'd be surprised she was related to me. She didn't have a bad bone in her body. I loved her dearly and she meant so much to me. But in the end, I couldn't do anything for her as a father. What's even more sad is that I've got no idea what kind of person she grew up to be. I mean, really, could I be a worse father? That's why, at the very least, I want to protect the life she lived. I'll do whatever it takes. Even if it means turning against my homeland. I might even kill if it comes down to it. How about we leave this off here? I think you've heard enough. All right. Okay. So, what did you think of Daddy Kagero's date? Pretty awesome, right? Yes, I would say it was worthwhile. I think I learned a little about who you are. Ah, you finally realized what a wonderful, charming person I am. Oh, I'm such a heartbreaker. Although, I still don't know how serious you are, because you always joke around. You know, I don't really know either. Huh? Just kidding. Sorry to make you help me fulfill my dreams today. See you later. I wonder what he meant by that. I feel like I got to know him a little better. But trying to understand other people isn't that easy. Gerade den zu verstehen. Den olden Lappen. Boy, you really are capable, Kasane. I'm detecting some sarcasm. If I was being sarcastic, I'd say it sarcastically. I have a pretty good eye for people. Just accept the compliment. You really are getting along well with the guys in this platoon. My hat's off to you. I think you'll find that I can warm your frosty heart. There's no need for that. At least I know now that you're actually considerate. Okay. So, hier Nachricht. Die Kids von heute. Wenn es jemanden gäbe, den du mögen würdest, Kasane, wohin würdest du ihn dann auf ein Date mitnehmen? Mich interessiert, was die Kids bei ihren Dates heutzutage so machen. Da fragst du die Falsche. Ich war noch nie bei einem Date. Und das habe ich auch nicht vor. Allein der Gedanke ist schon Zeitverschwendung. Typisch, Kasane. Aber eine solche Zeitverschwendung, wie du meinst, ist es gar nicht. Wenn du denkst, du willst jemanden hierher bringen, wenn du an diese Person denkst, ist es, als stünde sie genau vor dir. Das verstehst du wohl nicht, Kasane. Das mag sein. Ähm, hier eine Karte. Haben wir schon aktualisiert. Wir haben jetzt irgendwo ein Teddybär. Oder was zählt denn das oder sonstiges? Da. Äh, da, 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 da. Ist wohl ein Geschenk für irgendwen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Steht, ach, da steht er jetzt. Im Regal. In diesem Amazon-Regal hier. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch an Vertrauens-Episoden? Sie natürlich nicht. Das war ja mit Wataru auch immer dasselbe. Arashi haben wir noch. Und Kyoka. Entschieden auf jeden Fall nicht. Kyoka steht da. Okay, das heißt, wir haben eigentlich nur noch Arashi. Und dann können wir eigentlich hier schon weitermachen. Ich will aber jetzt nochmal gucken. Wenn wir hier schon einen Laden haben, einmal kurz gucken, gibt es irgendwelche Upgrades für meine tollen Waffen. Also meine tollen Waffen. Oder irgendwas zum Eintauschen. Zum Verbessern. Ja, gibt es. Ich habe sogar genug Zeug dafür. Das ist ja der Wahnsinn. So, ein Blauregenjungfer. Zack. So, das können wir verbessern. Da fehlt uns immer noch Hutartenabwehr. Wir können natürlich halt andere Hasenknudel vielleicht kaufen. Hasenknudel 4. Zack. Ausrüstung wechseln. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Wechsel mal auf 4. Und dann in der Tauschbörse vielleicht ein bisschen verbessern. 4+. Das geht. So, Hasenknudel 3 fehlt mir Santaabwehr. Ja gut, das habe ich jetzt wirklich nicht. Gabelbock. Fehlt mir Kampfbericht A. Wahrlich bedauerlich. Habe ich... Anderen Gabelbock, den ich kaufen kann? Ne, habe ich noch nicht. Okay. Hätte sein können. Na gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal wieder eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal machen wir den Rest von Dessent-Beipfase und gehen dann weiter mit der Hauptstory. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank für's Zuschauen. Und bis dann. Bis dann.